Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. Der Saison-Endspurt steht ja aktuell vor der Tür. Erste Transfergespräche für die kommende Saison werden logischerweise geführt. Und in unserer Reihe 95er-Für gucken wir eben auf die verschiedensten Vereine aus der 1., 2. und 3. Liga und welche neuen Spieler ich als Scout dafür finde. Heute analysieren wir den FC Bayern München und da gibt es ja aktuell so viele Fragezeichen wie lange nicht mehr. Wie geht es weiter mit Oliver Kahn, Hasan Sjallamidzic und Thomas Tuchel? Wird Bayern am Ende der Saison wirklich nur Zweiter und wie stark muss der Kader im Sommer verändert werden? Vor allem auf den letzten Punkt schauen wir natürlich heute und planen den Bayern-Kader für den Totalangriff mit Thomas Tuchel in der kommenden Saison. Denn ärgert man natürlich die Münchner, hat man es auch schon oft genug erlebt, dass danach doppelt und dreifach zurückgeschlagen wird. Und das könnte ich mir mit dem ein oder anderen Neuzugang auch eben dann in der nächsten Spielzeit vorstellen. Trotzdem muss sich dafür auch einiges verändern und deswegen gibt es nun meinen Scout-Bericht über 5 Transfers für Bayern. In der Abwehr ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage, bleibt oder geht Benjamin Pavard? Wenn der Franzose tatsächlich geht, kann Jurion Timba perfekt hineinpassen. Ich persönlich mag Pavard als Spielertypen wirklich extrem. Trotzdem weiß man ja aber dann nie so wirklich, wo man denn jetzt dran ist und gibt es hier bis zum Sommertransferfenster keine Vertragsverlängerung, wird man Pavard wahrscheinlich verkaufen. Auch in den letzten Wochen war er, wie ich finde, einer der besseren Münchner. Aber er selber liebäugelt ja auch immer wieder mit einem Abgang und darauf muss man vorbereitet sein. Und genau mit diesem Geld, was er eben dann aus einem Verkauf hätte, müsste man dann meiner Meinung nach auch einen ähnlichen Spielertypen verpflichten. Und genau da macht der Name Jurion Timba Sinn. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde der deutsche Rekordmeister immer wieder mit dem flexiblen Abwehrspieler in Verbindung gebracht. Timba hat sie auch im letzten Sommer für Ajax Amsterdam entschieden, als er auch andere Klubs interessiert waren. Für den 21-Jährigen kann aber nun der nächste logische Karriere-Schritt anstehen und ihn zum FC Bayern führen. Timba ist mit seinen 1,82 m zwar nicht der größte Innenverteidiger, dafür aber technisch sehr stark. Super im Aufbauspiel, schnell, körperlich stark, defensiv top und durch seine enorme Sprungkraft auch wirklich Kopfball stark. Zudem kann er ähnlich wie Pavard auch rechts hinten spielen, auch wenn er sich in der Abwehrzentrale wohler fühlt. Und im Spielsystem von Thomas Tuchel kann ich mir Timba auch wirklich hervorragend vorstellen. Bei einem Vertrag bis 2025 und einem Market von 42 Millionen wird er aber natürlich nicht günstig. Trotzdem sollten die Bayern-Bosse hier zuschlagen. Während meiner Meinung nach bei den Außenverteidigern die große Frage ist, wer geht vielleicht von Cancelo und Masraoui, kann hier der Name Rafael Guerreiro für die Bayern extrem interessant werden. Grundsätzlich ist man ja hier wirklich flexibel und auch stark aufgestellt. Alphonso Davies für links, Cancelo und Masraoui für beide Seiten mit wirklich tollen Qualitäten, Pavard für rechts und Josip Stanisic als solider Backup, den du immer reinschmeißen kannst. Bunazar, jetzt hier mal ausgeklammert, der spielt ja keine große Rolle. Kauft man Cancelo, wird Masraoui nach seinem Frustinterview möglicherweise abgegeben. Bleibt Cancelo zu teuer, würde ich Masraoui eine neue Chance geben. Ich fand ihn auch kurz vor der WM wirklich richtig stark. Und meiner Meinung nach ist auch das das realistische Szenario. Cancelo wird man nicht kaufen, weil er dafür auch einfach schon zu teuer und dann sozusagen auch zu alt ist. Masraoui bekommt eine neue Chance und wird diese nutzen. Als weitere Lösung, als flexiblen Abwehrspieler kann dann auf jeden Fall Rafael Guerreiro top passen. Und es ist vielleicht eine Transferidee, wo viele erstmal denken, hä, Guerreiro von Dortmund zu Bayern, er ist doch schon 29 Jahre alt. Bei Dortmund hat man seinen Vertrag nicht verlängert, warum sollte das bei Bayern passen? Aber je länger ich über diesen möglichen Transfer nachdenke, desto besser gefällt mir diese Idee, Rafael Guerreiro mit seinem Spielerprofil bei den Bayern zu sehen. Denn mit zwölf Vorlagen und drei Toren in 23 Bundesligaspielen zeigt der Guerreiro einmal mehr, welche Qualitäten er mit dem Ball hat. Mit seinen 29 Jahren bringt der Portugiese zudem reichlich Bundesliga und auch internationale Erfahrung mit. Und großer Vorteil, wenn eben auch dann Thomas Tuchel Trainer bleibt, wovon ich ausgehe, weil ich schon davon überzeugt bin, dass das richtig gut passen kann. Er kennt Thomas Tuchel ja bereits aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten. Und da hatte, wie ich finde, Guerreiro auch seine stärkste Zeit beim BVB, weil er eben auch dort offensiver ab und an mal im Mittelfeldzentrum oder auch als linker Verteidiger einer Dreierkette zum Einsatz gekommen ist. Und grundsätzlich, wo ich auch hier bei der Transfersuche viel Wert darauf gelegt habe, fehlt, wie ich finde, Bayerns Mannschaft ein bisschen mehr wieder diese spielerische Klasse. Man hat in den letzten Jahren schon vermehrt auf Spieler gebaut, die möglicherweise vor allem auch physisch stark sind, laufstark sind, im Pressing gut sind. Ich finde, Bayern braucht wieder etwas mehr technische Qualität, spielerische Klasse und genau da kann halt Guerreiro als ablösefreie Soforthilfe top passen. Also ihn würde ich als Kaderplaner auf jeden Fall auf meiner Liste haben. Ich bin überzeugt davon, Guerreiro bei den Bayern, egal ob als linker Verteidiger in einem offensiven System oder eben vor allem auch im Mittelfeldzentrum, kann unfassbar gut zusammenpassen. Und gehen wir nun auch weiter ins zentrale Mittelfeld, indem es einen neuen Partner für Joshua Kimmich braucht. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Und einer, der Bayerns Lösung sein kann, ist Edson Alvarez. Goretzka und Kimmich ist natürlich eine Kombi, die wir jetzt schon über mehrere Jahre sehen. Nicht nur bei den Bayern, sondern eben auch beim DFB. Und grundsätzlich hat man ja dort auch zu Beginn darüber gesagt, eigentlich ergänzen sie sich ja wirklich gut. Es ist aber auch eine Kombi, die in den letzten Monaten nicht mehr so richtig passt. Konrad Leimer wird ja auch noch hinzukommen und Ryan Gravenberg ist auch noch da. Aber vor allem auch der Niederländer könnte ja schon wieder gehen. Ich persönlich bin großer Fan von Gravenberg. Man müsste ihm auch einfach nochmal deutlich mehr Spielpraxis geben. Und wenn er geht, dann muss man diesen Kaderplatz mit einem Neuzugang besetzen, der auch wirklich in der Spitze hilft. Und während zum Beispiel auch ein Rafael Guerreiro hier ab und an super passen kann, je nach Gegner, hätte man mit Edson Alvarez den kongenialen Partner zu Joshua Kimmich. Er ist nämlich ein Abräumer vor der Abwehr, aggressiv, physisch stark, laufstark, hat ein tolles Stellungsspiel, Kopfball stark und mit seinen 1,87 Meter auch gut am Ball, schlägt gute kurze und lange Bälle und kann on top auch noch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Sein Marktwert beträgt 35 Millionen, mindestens die Summe wird man auch damit berappeln müssen. Aber ich glaube, das kann sich richtig lohnen. Auch hier gibt es natürlich auch mehrere Kandidaten als 9-6, aber vor allen Dingen so ein Edson Alvarez, der Nationalspieler von Mexiko, auch mit internationaler Erfahrung, würde glaube ich neben Kimmich unfassbar gut harmonieren. Und damit erhöht man natürlich einmal mehr den Konkurrenzkampf im Mittelfeldzentrum, um ihm vielleicht auch nochmal die Leistungen von Kimmich, Goretzka und dann eben auch Leimer deutlich nach oben zu bringen. Kimmichs Ausflüge nach vorne würden abgefangen werden und Alvarez kann natürlich auch über Jahre hier auf jeden Fall helfen. Das, was Bayern aktuell auch fehlt, ist Torgefahr über die Flügel und das, was Bayer Leverkusen hat, ist Torgefahr über die Flügel und das vor allem dank Moussa Diaby. Neun Tore und acht Vorlagen in 29 Bundesliga-Partien sind wirklich starke Quoten, vor allem im Vergleich zu Bayerns vorhandenem Personal. Coman sechs Tore und sechs Vorlagen, hat auch ein paar weniger Spiele. Mané sieben Tore und vier Vorlagen, Sané sieben Tore und fünf Vorlagen, Gnabry neun Tore und fünf Vorlagen. Wie man also nur an den reinen Zahlen jetzt mal im Vergleich sieht, was natürlich sehr runtergebrochen ist, aber was man zumindest daran sieht, Diaby kann schon jetzt mit denen mithalten, die man dort hat. Im Sommer sind ja auch vor allem Sadio Mané und Serge Gnabry Abgangskandidaten. Geht einer oder vielleicht sogar beide, einer ist für mich ein Ticken realistischer, wenn man Angebote bekommt, würde ich beide abgeben, dann kann Moussa Diaby diese Lücke auf Anhieb schließen und vielleicht sogar auch direkt besser ausfüllen. Denn der 23-Jährige ist logischerweise auch eine Lösung für die Zukunft, aber auch hier wird natürlich viel Geld von Nöten sein. Geld, das sich aber auch wirklich lohnen kann. Klar, Diaby bringt eine unfassbare Schnelligkeit mit. Das wissen wir alle, die kennen wir auch alle aus der Bundesliga, aber nicht nur darüber sollte man den Franzosen definieren. Diaby ist sehr schwer vom Ball zu trennen, technisch wirklich überragend, hat auch sehr gute Ideen im Spiel mit dem Ball und zeigt sie auch sehr, sehr agil im Kombinationsspiel. Und bei Leverkusen ist er natürlich einer der wichtigsten Spieler. Es ist auch davon auszugehen, dass er den nächsten Schritt machen möchte. Und da gibt es ja vor allem auch immer Interesse von Newcastle United aus England, die ihn zum einen bezahlen können und natürlich möglicherweise auch Europa erreichen. Und PSG, sein ehemaliger Verein, wird ja auch immer wieder gehandelt. Wenn die Bayern hier aber früh dran sind, dann kriegt man eine Top-Lösung für die Flügel und das eben auch für die nächsten Jahre. Was natürlich noch bleibt, ist die Stürmerposition. Hier wird auf jeden Fall etwas passieren. Und wie ihr schon sehen konntet, wären ja meine Transfervorschläge insgesamt nicht ganz so günstig. Mit Timba, Diaby, Alvarez plus natürlich auch noch ein Handgeld für Guerreiro. Das liegt aber auch daran, dass ich im Sturm jetzt nicht ins oberste Regal greifen würde. Stichwort Ossimhen, Kolomuani, Kane, wo wir ja über ca. 100 Millionen allein schon als Ablöse sprechen. Rasmus Heulund ist nämlich die Lösung der Bayern. Ja, ich hätte hier als Kaderplaner, als Scout aus eurer Sicht vielleicht kreativer sein können und einen komplett neuen Namen ins Spiel bringen können. Aber das Gesamtpaket von Rasmus Heulund überzeugt mich am meisten. Heulunds Profil ist nämlich deshalb so interessant, weil er sich von vielen anderen Stürmern unterscheidet. Mit einer Körpergröße von 1,91 Meter ist er physisch stark und top im Luftduell. Gleichzeitig kann Heulund aber auch mit dem Ball umgehen, ist schnell und beteiligt sich am Kombinationsspiel, zeigt sich auch immer wieder aggressiv im Spiel gegen den Ball. Heulund wird ja auch aufgrund seines robusten, aber sehr, sehr effektiven Spielstils mit Erling Haaland verglichen und so könnte man ihn auch als Spielertypen beschreiben. Nur, um ihn sich vielleicht nochmal einen Ticken besser vorzustellen. Ich glaube, dass er auch mit seiner Strafraumpräsenz, weil die braucht Bayern, wirklich zu einer neuen Waffe werden kann. Mit seinen 20 Jahren kann natürlich auch nach der Sturm Diamant weiter geschliffen werden. Und genau dort liegt eben dann auch für mich die klare Erwartungshaltung. Denn es ist natürlich eine Sache klar, der Sprung von Atalanta Bergamo, wo er ja auch erst im vergangenen Sommer von Sturm Graz hin gewechselt ist, zu den Bayern ist wirklich groß. Aber ich würde lieber in ein solches Talent vielleicht 50 Millionen Euro investieren, daneben auch ein Mathis Tell weiter aufbauen, statt 100 oder mehr Millionen in einen anderen Stürmer zu stecken, wo die Garantie auf Erfolg ja auch nicht zwingend höher ist. Genau, bei so einem Stürmer musst du eben dann mal mutig sein und sagen, ja, wir investieren hier in die Zukunft, holen uns nicht ein Harry Kane für 100 Millionen oder ein Colomuani Ossimhan für ähnliche Summen, die meiner Meinung nach auch als Spielertypen nicht zwingend so perfekt passen, sondern geben ein bisschen weniger Geld aus, geben damit vielleicht ein Ticken mehr Risiko. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, holst du jetzt einen Heulund und er überzeugt in der ersten Saison nicht so mega, macht sagen wir mal 10, 15 Tore, wirst du ihn ohne Verlust weiterverkaufen können. Auch das muss man halt dann nochmal so ein bisschen gegenrechnen, dass für mich das Risiko bei dem Dänen auch nochmal deutlich geringer ist, als zum Beispiel bei Colomuani oder auch Viktor Ossimhan. Und deswegen finde ich Rasmus Heulund und Bayern München, das kann passen und das sollte passen, meiner Meinung nach. Und nun werfen wir auch nochmal einen Blick auf die dann potenzielle Startelf in der kommenden Saison. Über eine Position haben wir ja bislang noch gar nicht gesprochen und das ist die im Tor. Aktuell haben wir ja dort Manuel Neuer als verletzten Torhüter, wir haben Jan Sommer als aktuelle Nummer 1, Sven Ulreich und Youngstar Johannes Schenk. Zudem kommt ja auch noch Alexander Nübel zurück. Und es ist natürlich eine Position, über die auch sehr, sehr viele Bayern-Fans sehr, sehr viel diskutieren. Jan Sommer, die letzten Wochen jetzt auch nicht überragend gehalten, den ein oder anderen Patzer drin gehabt, ist halt so ein bisschen die Frage, wem man da was zutraut. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass Manuel Neuer wieder die Nummer 1 sein wird. Für mich ist hier so ein bisschen die Frage, wann ist er wieder fit? Deswegen glaube ich, wird man Jan Sommer auch erstmal weiterhin behalten und eben dann möglicherweise Neuer auch zu Beginn der Saison noch ein bisschen Zeit geben, topfit zu werden. Trotzdem sehe ich hier Neuer wieder im Tor, dahinter Ulreich und Schenk. Auch interessant sind natürlich auch dann mögliche Leihrückkehrer, Stichwort Alexander Nübel. Weil auch hier gehe ich davon aus, Nübel bei Bayern glaube ich nicht mehr dran. Ich sehe dann eher vielleicht in der Bundesliga bei Leverkusen oder Leipzig, kann ich mir auf jeden Fall deutlich besser vorstellen. Denn grundsätzlich sehe ich keinen Leihrückkehrer im Profi-Team. Marcel Sabica und Man United könnte eben auch nochmal gutes Geld in die Kassen spülen. Blicken wir also weiter in die Abwehr. Und ich habe jetzt hier mal im 4-2-3-1-System geplant. Dreierkette persönlich finde ich auch nicht verkehrt. Kannst du eben auch mit dem Kader sehr, sehr gut spielen. Wir hätten dann Masraoui für die rechte Seite. Ich glaube einfach von Masraoui und Cancelo wird einer bleiben und einer gehen. Ist halt dann so ein bisschen Diskussionssache, wie man da eher sieht. Ich glaube persönlich eine Zukunft von Masraoui. Dahinter halten wir eben dann Stanisic und Timba. Thema Innenverteidigung. Matthias Delecht für mich auf jeden Fall klar gesetzt. Lucas Hernandez hat natürlich auch nur noch ein Jahr Vertrag. Muss mal gucken, wie es weitergeht. Wenn er fit ist, kann er, wie ich finde, wirklich überragend gut da reinpassen. Upamecano wurde ja auch sehr viel kritisiert. Er ist aber halt auch einfach noch jung. Auch da wieder gilt, ein bisschen an ihm schleifen, an so einem Rohdiamanten. Der wird in 2-3 Jahren unfassbar stark sein. Timba wäre natürlich noch eine weitere Top-Lösung. Linke Seite hätten wir dann Alphonso Davies weiterhin gesetzt. Masraoui als Möglichkeit plus Rafael Guerreiro. Der günstigste Transfer von mir, aber gefühlt für mich auf jeden Fall Rafael Guerreiro. Einer, den ich mir irgendwie im Kopf unfassbar gut vorstellen kann. Doppel 6 hätten wir eben dann Kimmich und Alvarez. Auch hier diskutieren ja viele darüber, Goretzka zu verkaufen. Ja, bei einem passenden Angebot würde ich es nicht ausschließen. Ich glaube allerdings nicht so wirklich daran. Dann gehe ich eher, auch wenn ich es sehr, sehr schade finden würde, von einem Abgang von Grafenbech aus. Konrad Leimer war jetzt hier nicht mit dabei als klassischer 5-Transfer, weil es ist ja nahezu schon fix, dass er von Leipzig kommen wird. Offensive Dreierreihe würde ich dann erstmal, was das Stammpersonal angeht, so lassen wie es aktuell ist. Coman, Musiala, Sané, da heißt es einfach, alle wieder in eine richtig gute Form zu bringen. Musa, Diaby wäre natürlich dann hier eine wirkliche Premium-Lösung für die Kaderbreite. Thomas Müller kann es auch dann natürlich immer wieder reinschmeißen, egal ob von der Bank oder in der Startelf. Mathis Tell könnte eben dann auch möglicherweise nochmal mehr Spielpraxis bekommen, wenn man es schafft, Gnabry und Mané abzugeben und dafür eben einen neuen Mann mit Diaby holt. Ich persönlich finde auch Mathis Tell wirklich unfassbar interessant. Ich mag ihn als Spielertypen, gehört für mich auch eher in Sturmzentrum, aber auch hier für die linke Seite eine weitere Alternative. Trotzdem ist natürlich hier auch eine Ausleihe noch nicht ganz auszuschließen. Sturmzentrum würde ich dann auf Heulund bauen, wo ich schon überzeugt davon bin, dass er ein bisschen Zeit brauchen wird, mit solchen tollen Mitspielern aber auch reichlich Tore machen wird und sich eben dann noch relativ zügig gut entwickelt. Schuppe Mutting wäre dann hier wieder in seiner typischen Backup-Rolle mit dabei, wie hinter Robert Lewandowski auch, was damit sicherlich auch wieder ganz gut passen würde. Und somit wäre das meine Bayern-Elf für die Zukunft, für die kommende Saison und ich glaube, damit würde man schon sehr, sehr viel richtig machen. Kommen wir zum Fazit von fünf Transfers für Bayern. Unabhängig vom Ausgang der Saison, sprich Meister, ja oder nein, wird sich an der Mannschaft etwas ändern. Viele erwarten ja hier einen Totalumbruch an der Säbener Straße, daran glaube ich aber nicht, zumindest mal nicht auf dem Platz. Mit gezielten neuen Spielern hat man nämlich auf Anhieb eine neue Ausrichtung, die auch dann möglicherweise noch mal besser zum Tuchel-Stil passt. Und jetzt seid auch noch mal ihr gefragt, welchen meiner fünf Vorschläge findet ihr am besten für Bayern, welcher Transfer würde ihr noch Sinn ergeben und auf welchen Verein sollen wir auch noch mal schauen bei fünf Transfers, wo soll ich mal nach Neuzugängen scouten. Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.